Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Zusammen mit Herrn Tukoko bzw. Philipp. Sag mal hallo. Ja, nicht in der Schwester. Hallo. Warte, ich fahr nochmal drüber. Da, da. Hier auf dem Feld ist so ein dummer Spieler. Okay, ist doch nicht ganz so dumm. Aber das war jetzt gar nicht das, was wir machen wollten. Und zwar hatten wir vor ein kleines Flugfeld. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Flugfeld. Wir sind leider in Passivmodus für dieses Rennen. Weil ihr seht schon da oben der Typ. Der killt uns einfach die ganze Zeit. Und ja. Jetzt fahren wir schnell das Rennen. Und dann haben wir es auch schon wieder hinter uns. Denn die anderen Videos sind schon abgedreht. Und das hier ist eigentlich sozusagen alles entscheidend am Anfang. Ich sag mal so. Wenn einer von uns gewinnt, gibt es morgen wieder ein neues Video. Oder übermorgen. Okay. So Leute. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Voll verspätet. Oh, er hat schon voll den guten Start. Also, mehr ein Lamborghini. Den habe ich Monte aus seiner Garage geklaut. Und umlackiert, damit er es nicht bemerkt. Aha. Also, mein Zumbillo-MTC-Auto. Nee. Monte. Slumber. Slumber-Winig. Alter. Du wirst dich eben so sehen. Also, Zaun berühren. Denk dran. Ich krieg den selbst nicht mehr berührt. Alter. Kann doch nicht so schwer sein, so einen Zaun zu drüben habe ich. Meine hinterste Kante ist noch dran gekommen. Hm. 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 Nein. Ja, das war dann mal wieder ein legendärer Sieg für mich. Nein, Alter. Das kann doch nicht sein. Was? Ich bin am Ziel. Ja, wie schnell er war. Jetzt sieht mein Auto aber auch nicht mehr gesund aus. Okay Leute, was das heißt, guckt selber. Ihr müsst das Video angucken und bis später. Bis gleich. So, fertig. So, wir spielen heute ein Rocket Voltic. Parcours Map. Ich begrüße deine Zuschauer. Ja. So Freunde, da war jetzt ein kurzer Kart. Wir spielen wieder die Rocket Voltic Map. Und das hier ist natürlich der altbekannte dritte Teil von unserem GTA Rennen. Wer es nicht mitbekommen hat, es steht 2-2. Gucken, wie es am Ende dieses Videos steht. Das wird spannend. Alter, ich bin direkt umgekippt. Ja. Nein, es sieht so aus, als würde ich diesmal die Map wieder gewinnen. Aber ich werde nichts sagen. Letztes Mal 5 Runden war ich vorne und dann letzte Runde super geholt. Wer es noch nicht gesehen hat, muss sich das unbedingt angucken. Und die letzten zwei wieder. Und die letzten zwei. Die letzten zwei. Wer könnte vielleicht morgen, übermorgen? Wann lädst du jetzt diesen dritten Teil hier hoch? Naja, ich würde einfach sagen, dass den zweiten Teil morgen, übermorgen dann den nicht. Okay. So, da sind wir gleich. Die Spiegel. Fly wie am Motorrad. I believe I can fly. Da war es noch die letzte Folge Flying Cokes. Geiler Spitzname. Ah, jetzt haben wir erstmal ein langes Wochenende. Das heißt, es könnten viele Videos kommen. Nee, ich bin am Wochenende nicht da. Ist von meiner Seite. Vielleicht werde ich dann einfach random irgendwas aufnehmen. Vielleicht mal mit anderen Leuten. Aber es werden natürlich weiterhin mit Insta-Track. Ja. Da ich auch auf meinem Kanal gemerkt habe, dass das mit Philipp sehr gut ankommt, die Videos. Da steht nichts im Weg, dass wir das weiterhin so machen. Bei mir in der Schule sagen immer alle nur, warum sie mit kleinen Kindern auf ist. Weil es man gesendet ist. Und alle anderen hochgehen. Oh. Ja, why not eigentlich? Haben die anderen in meiner Schule eigentlich keine Vermögen? Das ist eine gute Frage. Oh Mist, nicht dürfen. Also die Map ist tausendmal einfacher als die anderen zwei Maps. Das ist wirklich Ideen. Und so gesagt, nur eine Acht, die man dreht immer. So wie weit muss man hin? 23 Sekunden. Gut. Das Finale nicht so laut. Ich weiß ja noch letzte Folge. Schmerz auf. Das war so voll die Ebel genommen. Ich habe nicht dann Runden umgestellt, daher weiß ich es nicht. Und GTA-Mode kann ich nicht einschalten. Oh, das sind nur zwei Runden. Ich bin schon in einer zweiten. Also das wird ein kurzes Video. Nein, machen wir einfach noch ein Rennen. Andere. Ich habe da noch eins. Oh. Ich habe noch eins auf Lager. Ja. Ja, wir müssen ja irgendwie hier wieder Gleichstand hinbekommen. Da müssen wir noch zwei kurze Rennen fahren, damit man die Chance hat, es auszugleichen, damit immer wieder neue Folgen kommen. Ich weiß. Wenn immer wieder neue Folgen kommen, ist gut. Mhm. Gut für ein Scheibe-Code. Die bei uns im Zweierbereich ist. Man soll nicht einfach jetzt dreifeln. Ich kann ja jetzt nicht Flughafen rennen und zwei Maps machen, dann heißt es ja, dass es am Ende des Videos zum Beispiel 3 zu 5 steht. Hä? Das geht ja nicht. Wir müssen auf jeden Fall immer Gleichstand machen. Alter! Scheiße! Ich bin im Wald nicht... Okay, dann fahre ich halt so, ne? Habe ich auch kein Problem mit. Es muss so fake wie möglich sein. Ich bin über die Rohre geflogen. Hey, Hauptsache man schneiden, ne? Wir haben ja über irgendwas geredet, ne? Ah stimmt, über den Glitsch haben wir geredet. Da meintest du das Cutten wir, äh, da meinte ich, das Cutten wir einfach raus. Und du meintest, ja, Cut das besser mal raus. Ne? Ich guck mir das so an und denk mir, dein Wunsch sei wie viel. Vergangenheitsgriffs. Ja. Ja, musste ich ja mal ganz lösen. Mhm. Wer es noch nicht getan hat, abonniert mein Instagram, hanscoco323. Hast du auch ein Instagram-Account? Ähm, nein. Bald werde ich aber auch auf Instagram, äh, verfügbar sein. Das ist schon, ähm, im Gange. Ist auf jeden Fall geplant. Und? Ich hab vier Accounts auf Instagram. Kau, äh, Kau für dich. Ich wollte aber nur hanscoco323, weil auf den anderen kommt entweder kein Content, oder die sind nur für privates Zweifel. Die Angst. Okay. Nein, nein, vertraue ich dir. Und? Hast du TikTok, Kiano? Ich habe, äh, ne, habe ich nicht. Er ist über... Okay, ich habe aber TikTok, da heißt ich hanscocoYT. Ich glaube, das habe ich schon im letzten Video erwähnt. Folgt mir da auch gerne. Ich habe ja zwei nur drei Videos alle vorhanden. Aber vielleicht kommt auch bei einer einzelnen WTA-Beson. Da stellen wir die 25 Abonnenten auf vier Abonnenten. Vielleicht. Alter! Nein, ich habe mich überdreht. Boah, wie alt. Nimm mich ab. Dafür, dass die... Eines der letzten Videos ist nur fünf Minuten lang geworden. Das... Dafür möchte ich mich entschuldigen. Wir... Das war das mit wo du, ne? Mh? Was ich nicht hochladen sollte? Ah, das... Hast du das hochgeladen? Das wird hochgeladen. Nein, wird's nicht. Hä? Wenn wir... Wenn wir in jedem Video über das Video reden, dann muss es hochgeladen werden. Auf Instagram. Ja, okay. Dann lade ich auf mein Instagram-Bekommen. Also... Guckt es euch. Guckt es auf Instagram. Da wird nämlich dieses Video hochgeladen. Und das geht fünf Minuten, sagst du, ne? Mh... Ja, ich meine fünf Minuten und drei Sekunden oder irgendwas war das. Man vergesst immer den Nito zu finden. Wer ist der wahre Champion? Sag es mir. Ich? Sag mir, wer der wahre Champion ist. Ja, in echt bin ich das. Aber du meinst halt immer, ne? Also... Nee, ich bin jetzt. Und das können meine Zuschauer auch bestätigen. Tja, ich hab mir so einen Mauskopf gegeben getragen. Na, nee, in Fortnite. Hui! Bin wieder auf den Regeln. Ich weiß nicht, wie weit links so hinten. 42 Sekunden. Echt? Oh, Scheiße. Nicht mehr so weit hinten, liegt's dann falsch ins Ziel. Und zwar jetzt. Guck mal, ob du es schaffen wirst. Ja, leider. Ja. Gut, Leute. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Rennen. So, Leute. Ein kurzer Cut-Leader. Wir sind hier. Wir machen jetzt ein etwas längeres Rennen. Oh, Video sag ich schon. Ein etwas längeres Rennen. Danach kommt wieder ein kurzes Rennen. Und wir haben noch das Flughafen-Rennen. Und dann haben wir vier Rennen in dieser Runde. Das ist also so das Special. Und wenn es danach immer noch Gleichstand steht, dann könnt ihr euch jetzt schon auf die vierte Runde freuen. Ja. Also, was machen wir hier noch? Machen wir hier noch das kürzere Rennen nochmal? Oder machen wir hier noch das Kürzere Rennen? Äh, das Kürzere Rennen. Okay. Dann kannst du kaufen. Ja. Nein, ich bin abgeflogen. Alter, der Rocket Voltic ist so schwierig zu... Ich meine, das ist weil das, wo ich rauf ich spare, der Rocket Voltic. Jetzt ernsthaft. Das ist wirklich das Fahrzeug, wo ich rauf ich jetzt im Moment spare. Aber... Ähm... Ja, weil ich würde gerne mal von so einem Berg mit dem Ding runterfliegen da. Kann man auch geil aufnehmen. Achso, wir sollten deine Seite runterfliegen. Okay. Ich glaube, ich kann fliegen. Ich muss gewinnen. Ich habe auch nicht Geld gewählt. 400 Dollar. No, no, no way. Oh! Wie ich mich gerettet habe. Und wieder selbst verkackt. Zart, Knopf und Trickshot. Alter, ich nutze einfach voll die Rampe aus. Ah, die Leitplanke mit Rampe. Man kann einfach mega spammen. Alter, das Ding, du hüllst das ja mal gar nicht. Ja, jetzt. Komm. Ja, lol ey. Lüfte doch, du scheiße. Ey. Ich darf was sagen. Was? Ich flieg zu weit. Kenz. Kenz inspruch. Ich will den Spruch, ich flieg zu weit. Was? Kenz inspruch. Menschen sind wie Monate. Menschen sind wie Monate. Jeder Zweiter ist ein 31er. Und rate mal auf welchem Platz ich bin. Ich bin der Erste. Und du der Zweite. Das heißt, du bist ein 31er. Ne, ganz sicher nicht. Ich habe nicht überholt. Doch. Ja. Ich habe nicht, ich habe manchmal immer gemerkt, dass ich dich überholt habe, aber okay. Ja, hab doch gesagt, 31er. Weil wir einfach nur den Sieg haben. Wollte, ich glaube, es wird wieder so ausgehen. Ich bin eigentlich gerade nur sauber gefahren. Ich habe nicht mehr drauf geachtet, wo du bist. Ja, 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 ja. Aber ich fahre zumindest sauber. Im Moment. Nein, das heißt wieder. Ne. Komm schon. Ist ja noch schlimmer als da, wo du gewonnen hast. Problem ist, habe ich überhaupt schon eine Runde abgeschlossen. In welcher Runde sind wir, bin ich. Wir sind der Zweiten. Scheiße. Was hast du denn jetzt gerade gemacht? Ich habe mir jetzt gerade geleckt. Ich habe es nicht gesehen. Aber außerdem gegen eine Wand geüßet, dann bin ich abgeprallt und schon wieder. Ich habe es durchgehend im Looping gehabt. Ich muss das nur einmal drücken. Ich weiß. Ich muss das nur einmal drücken. Ich bin nochmal drüber hinterher. Tschüss. Warum tschüss? Ich bin immer noch hinter hier. Ja, weil ich mich einmal drüber schlagen habe. oder was auch immer. Ja. Das hatten wir ja letztens auch im Sieg. Nein! Alter! Ich fühle mich wie ein Torpedo ins Wasser gerade. Alter! Ich krieg das Auto nicht mehr unter Kontrolle. Ich hasse das Auto. Aber ich will den haben. Ja, du ich auch. Leute, wir brauchen eine Spende. Damit Mr. Trepp sich endlich ein Auto leisten kann. Alter! Ja. Einfach nur. Hat mich das gerade ernsthaft gerettet? Was? Ich bin an die Leitplanke gekommen, sodass ich dann die Leitplanke genutzt habe, um die... also ich habe ihn nicht... ich war an der Leitplanke entfahren. An der Seite. In der Kurve. Da bin ich oben raus geflogen. Und dann habe ich mich gedreht, habe ihn nicht zurückgesündet und bin wieder hinter mir auf der Bahn gelandet. Wie ich mich gerettet habe wie eine Legende. Ich habe mich besser gerettet. Ich habe mich legendär gerettet. Bei dem WarRide, ne? Ne? Ja. Ja. Der mega easy ist. Abgefallen. Habe mich... bin... Habe ein Seil zugemacht, sage ich jetzt mal. Und geboostet und bin wieder dran gekommen. Aha. Genau. Genau. Genau das. Genau. Außer wir machen gerade nur Rocket Vortex... VOLTECH-Plan. VOLTECH-Plan. Schade, dass wir auf dem Flughafen keinen Rocket VOLTECH-Plan gemacht haben, weil wir keinen haben, weil wir abends sind. Gute donated. Das haben wir den ersten Platz wieder gekostet. Ich weiß gar nicht, weil ich dich jetzt schon wieder überholt habe. Da eben war das der WarRide und nicht der Luf. Ja, ich habe vergessen, weil ich dich überholt habe. Ich achte da nicht drauf. Ich fahre einfach. Ich konzentriere mich auf das Fahrrad. Daher berede ich auch nicht so viel. Ja, guck mal, wie er reinspritzt. Haha. Ich wollte eine Lust haben. Ich hab gesagt, du bist ein Schwitzer. Ich bin kein Schlitzer. Du bist ein Schwitzer, wirst du. Das auch nicht. Gott, grüßt du. Schwitzt, Alter. Ich sehe dich doch da hinten rumschwitzen. Ja, boah, die ganze Fahrbahn nass und schwitzt einfach so rein. Ich hinterlasse noch nicht mal Reifenspuren, aber naja. Okay, wenn du meinst. Ja, so nass die ganze Fahrbahn. Guck mal. Guck mal, wie nass es hier ist. Wie schön driften kann, weil es so nass ist. Guck da überall. Boah, da dreht mein Auto sich, weil es so nass hier ist. Der schwitzt rein wie Omas und Öl weiß ich nicht was. Am Roll World hab ich jetzt glaube ich noch niemals fehlgeschlagen. Also dem hier. Ich hoffe, du verkörst jetzt einfach so aus Karma. Mach ich aber nicht. Wie viele Runden müssen wir noch? Äh, oh. Erst im Hintergrund. Äh, ja. Ähm. Das könnte noch ein bisschen dauern. Haben ein bisschen doof eingestellt eben. Oh, 13 Sekunden, bevor ich immer mehr vorsprung. Ich weiß. In der Tat. Geil, saubere Runde-Bonus. Geil, saubere Runde-Bonus. Na ja, was soll denn jetzt? Wenn wir so... Alter, ich hasse das. Ich hasse es. Wenn der jetzt ins Würsten kommt, dann ist alles hier vorbei. Das Problem. Alter. Die Turbine ist hier ja ein abkokeln. Ich hab immer noch nicht dagegenhalten. Schön noch hinten grillen, an der... Boah, das wär doch nicht schöner. Schön dünner Fleisch da hinten noch aufhängen. Ja. Hm. Innerhalb von 0,2 Sekunden verbrannt. Ja, schön da, würd ich sagen. Ne, nach zwei Sekunden ist das verbrannt. Alter, der Vorsprung ist gigantisch. Das ist mein Problem an dem Auto. Oder... Der hat mich auch eben überholt. Ich weiß nicht, was ich noch nicht gekriegt. Digga, halt mal an. Ne. Ja. Ne, Digga. Da hab ich gar kein Verständnis mehr. Wie wein. Du machst 1000 Fails und ich nicht eine in der Runde. Einen. Wahrhaftig ja gar kein Verständnis mehr. Mhm. Parcours sag ich doch nur. Ne. Ich seh irgendein Trigger. Ich war für mich nicht, damals ein Skill-Parcours geschafft hat mit dem Rocket Royal Take. Einen Skill ein bisschen verlernen, oder was? Ne. Einfach den Rocket Royal Take hassen gelernt. Ah, okay. Wie lernt man das denn? Ich find das aber so super. Also das ist mega praktisch teilweise. Ich schwette auf mich, Alter. Wenn ich nicht auf mich schwette, gewinne ich, wenn ich auf mich schwette, verlier ich. Immer ist das so. Wieso eben hast du auch gewettet und sowas gewonnen? Nö, hab ich nicht. Nein. Ich hab nicht gewettet. Ich hab ja auch gewettet. Ich hab ja auch gewettet und man kann es auch noch mehr auf den Platz machen. Wie kannst du immer noch mehr Punkte bekommen? denn wie kannst du mal noch mehr sekunden vollkommen was ist bei dir passiert gerade glaube ich nicht 12 sekunden ohne was zu machen ich weiß aber dass der alle das heißt jede halbe minute oder so erst aktualisiert die zeit die ja eine sekunde habe ich aufgeholt gut mach weiter so dann hättest du über 40 runden einstellen müssen ich kann nur 7 einstellen das war das maximal maximal ist das jetzt ein neuer namen maximal habe ich gesagt schreibt alle in die kommentare mit der trelle steckt macht ich weiß jetzt kann ich nicht mehr nach da vorne speeden glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich brauche ich auch gar nicht bei vielen ich kann auch beruhig geil von 49 auf 44 gerade waren es aber noch 50 als ich das letzte mal hingeschaut habe dann hast du nicht auf den mittel hingeschaut wenn man mir auf waren konzentrieren habe ich schon mal gesagt dieses video aber okay ist mir egal was du machst ich will gewinnen guck der ist hier nur süchtig alter nein 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 jetzt gleich bekommen wir noch mal die gesamte runde erster bonus oh 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 war ja gar nicht so schön oh digga guck mal wie ich aufrufe wie denn genau komm noch ans bieten hier du musst angst haben musst du 38 sekunden weiß wie viel das ist ich werde ich erst aber ich sage wenn ich zeit um ins zu fahren aber du bist erst noch das höher hat mich alter warum warum bewegt sich der kofferraum hinten also so gesagt immer schnell halt das vorderteil na ich bin gerade nicht einfach abgeschmiert das schneide ich raus wie schnell ich alter der ist ja fast der ist ja fast direkt hinter mir der klebt mir am marsch oh ja man das schaffen wir leute er ist nur noch 30 sekunden vor uns er ist nur noch 30 sekunden vor uns er muss speeden nein persönliche bestleistung persönliche bestleistung soll voice wir stellen CONNECT friedrich nein 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 ich hat Das ist echt ein bisschen fantastisch. Best Leistung alter. Best Leistung. Kamehameh... Best Leistung. Ich würde gerne mal deine Perspektive legen. Sie nach links. Sie nach links. Sie nach links. Sie nach links. Fail. Und, war es ein Fail? Wie weit liegt du... Oh, ich schreibe nur eine. Das muss man ändern. Ich fahre, Mensch. Drei. Ich zieh an dir vor. Bei. Nöp. Ähm. Wollen wir kurz Kapper machen? Ich hab A. Die Fernsehanzeige. Ja, was kann ich dafür, wenn auf einmal die Anzeige vor meinem Bildschirm kommt? Ja, wie ich dich rausgekickt hab, Alter. Ist mir egal, was da bei dir war. Ich hab dich weggeballert. Mal gucken, wie lange du vorne bist. Wir haben noch ein paar Runden, also keine Sorge. Oh, zum Glück noch Checkpoint gesaved. Guck, und da ist er doch schon wieder. Ja, aber ich hab noch den Checkpoint bekommen. Maximale Geschwindigkeit. Ja. Hm. Alter, das ist dasselbe wie letztes Mal. Weißt du, du überholst mich jetzt in den letzten Runden und, ne? Wie gewinnst du denn damit? Zieh durch. Ich muss 30 Sekunden Vorsprung schaffen. Wie immer. Ich schaff's aber nicht. Oh mein Gott, letzte Runde. Das muss eine saubere Runde werden. Es wird nie in deinem Leben eine saubere Runde geschafft, daher. Scheiße. Eine Runde erster Platz sein, das wär doch ein guter. Punkt. Auf meiner Tribülist. Weiß was nützlich wäre, wenn du jetzt aus dem Looping fliegen würdest? Ey. Oh. Ehre genommen, Ehre genommen, Ehre genommen. Warum hab ich kein richtiges Gewehr? Flieg mal aus dem Looping. Nee. Ja, dann hätt ich dich jetzt auf dem Looping gekehlt, hättest du GTA ran. Hätt ich gemacht. Ja. Hoffentlich. Kann ich mich gar nicht von hinten gehen. Vor einer Kurve wollt man den Nitro nicht unbedingt stünden mehr. Ja. Ich bin sauber durchgekommen. Ja. Ich bin sauber durchgekommen. Ich will jetzt mich nur aufhalten. Und wie war das? Ja. In die Höhe booten ist kein Vorteil. Nach vorne booten ist kein Vorteil. Ja, hab ich nicht. Brauch boosten ist ein Vorteil. Du kannst gar nichts schaffen. Du kannst gar nichts schaffen. Nein. 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 Ah. Oh mein Gott, war das spannend. Ja. Mit mir wieder bist du. Das für ein Überholmanöver. Okay, ich bin so aufgeregt, wenn ich jetzt verkacke irgendwo noch. Bust du was das Zeug hält, Alter. Da macht der Purzelbäumchen. Aber du auch. Ha. Und ich werde dies nach Hause holen diesmal. Ich werde so knapp der Sieger sein. Wie noch nie zuvor. Alter, vor mir. Leute, ich hab gewonnen. Leute. Schummler. Ich hab so geschwitzt. Ich hab nicht geschummelt, Alter. Genau, doch. Du hast geschummelt. GTA-Renn war aus. Du hast verkackt. Du reißt jetzt. Du hast gekackt. Ganz genau. Du hast verloren. Du hast verloren. Du kannst nichts machen. So, ich komme in den Teel. Ich bin fast nicht mehr. Aber ich bin jetzt verloren. 4 Sekunden auf die Welt. Ja, ich bin erster geworden. Darauf denke ich mir jetzt Atmos Clips erstmal. Ach du Scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Atmos Clips. Bis gleich. Bis gleich.